Ja, alles zusammen, da bin ich wieder mit meinem Display zur Warzone 2100. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in der letzten, ähm, in der nächsten Transporter-Mission. Und wir müssen uns jetzt hier, ähm, ja, verfestigen und, ähm, eine gegnerische Basis auseinandersehen, was sich allerdings als sehr schwierig, ja, ähm, erweist. So, ähm. Da kommen nämlich wieder Einheiten. Ihr seht es. Es kann sein, dass wir da nochmal neu laden müssen, tatsächlich. Oh, Heileinheit. Ja, geht ihr ruhig auf die Heileinheit. Ja, toll. Ne, das ist wieder zu viel. Das ist schon wieder zu viel. Das ist so viel Einheiten, die hier ankommen. Okay, wir haben Verstärkungen. Verstärkungen sind eingetragen. Oh, danke. Hä? Habe ich LKWs mitgenommen? Ja, okay. Äh, ich meine, das ist natürlich eine gute Idee gewesen. Ähm, um jetzt mal schön hier ein paar Verteidigungsstellungen aufzubauen, ne. So, jetzt aber. Kommt. Schieß doch! Diese Kackeinheit kaputt da. Ich hatte zwar gedacht, dass ich Heiler mitgebracht habe, aber ist okay. Ah, jetzt bau diese blöde Türme auf. Oh Gott. Ja, jetzt wird's, äh, jetzt wird's, äh, jetzt wird's knapp. Okay. Alter Schwede. So. Eieieieiei, das ist zu viel. Pfff. Okay, das ist zu viel. Ähm. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Schau dich das mal an. Heiler, heil, bitte vernünftig. Ach, toll, und genau. Jetzt beide Baus hier wieder. Hat hier wieder keine Verbindung. Ah, blöde. Du's aus. So. Ähm. Diese dummen Mini-Raket-Dinger. Die nerven auch. So. Haben wir's jetzt? Ne, wir haben's noch nicht. Ja. Natürlich, ist klar. Schießt doch daneben alle. Schießt alle daneben. Die schießen alle daneben, ne? Ja, das sind nur, nur Scavager. Jetzt heilt den doch mal hoch. Tch. Könnt ihr mal schwas machen, bitte? Oh, das ist so dumm. Diese Heileinheiten. Die machen gar nix. Ein gehörte Scavager, ne? Tch. Ich weiß. Und den treffen die auch nicht. Schon wieder nur zwei Einheiten. So. Könnt ihr mal schießen. Und die treffen nicht. Spielgeschwindigkeit erhöht. Ich weiß, dass die Landezone nicht sicher ist. Ja, na klar. Der da oben, ey. Dumme Mini-Raketen. So, ja. Jetzt sind sie hier natürlich alle, ne? Ist klar. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ach. Verdammte Axt. So, mit drei Einheiten. Okay. Mit drei Einheiten. Super, ey. So. Mein Gott. Ähm, aber das ist gar keine schlechte Idee. Mach mal die Spielgeschwindigkeit runter. Okay. Das ist gar keine schlechte Idee mit den LKWs. Ähm. Und ich hab hier natürlich vergessen, ähm, Haier zu bauen. Ähm. Ja. Weil dann können wir uns hier nämlich schön einbunkern dann. Und ihr anstatt, dass ihr... Ja. Ja, ist klar. Das kannst du doch keinem erzählen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Boah, ist das schwer. Ist das schwer, Freunde. Das ist ja unnormal schwer. Einheit wird angegriffen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Dann treffen die auch nicht. Und wir kriegen unsere Verstärkung. Okay. Ach, verdammt. Die Spielgeschwindigkeit runter. Ist auch krass, dass wir jetzt tatsächlich hier da drauf zurückgreifen müssen. Landezone nicht sicher. So. So. Ähm. Okay. Hier. Heiler, bitte. So. Team 2. Heil die Einheit hoch. Einheit wird angegriffen. Hier mit eurem scheiß Mini-Raketen. So. Weg damit. Genau. Einheit wird angegriffen. Mensch, 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 Mensch. Die Heiler wieder ganz vorne, ne? Diese KI teilweise. Kein Wunder, dass man die immer verliert. Dieser dämliche KI teilweise. Die falschen Einheiten hochheilt. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Die halten einfach immer die falschen Einheiten hoch. Einheit wird angegriffen. Landezone nicht sicher. Boah. Einheit wird angegriffen. Das Zielen der Einheiten. Unglaublich. Ich weiß nicht, wer denen, äh, was ins Zielwasser gemischt hat. Aber die treffen ja so kacke Danke Ja, was Was ist jetzt mit der Verstärkung Ah, danke Okay Ganz langsam Kommt da wieder so ein blödes Ding da Okay LKWs Bitte sofort herkommen Und Lancer abwärts bauen hier So, zack Ja, ähm Hier aber So, genau Eieieieiei, Freunde Also das hier ist Echt krass Echt krass Mensch, Mensch, Mensch Was hier alles abgeht Puh, alles klar Das heißt, wir bauen uns auf Lancer Aufhängungen Ja Einheitsproduktion mal beenden Hier So Äh Mann Sind noch Ach, das ist noch so eine Einheit So Eieieiei Ja Ähm Kannst du bitte den hier mal heilen So Der Turm kann einfach da stehen bleiben Kommt Es ist erstmal wichtiger, dass wir uns hier Aufbauen So Wir haben wieder Verstärkung Zwei Heiler Der Rest Einheit wird angegriffen Wieder Panzer So Ähm Ja Heiler, das ist ja wieder ganz toll, was du da machst Einheit wird angegriffen Äh Ja, Mensch Jawohl, wir können uns eigentlich hier hinten sammeln Einheit wird angegriffen Einmauern Ach, nicht jetzt Ach Beide LKWs weg Das gibt's ja Beide LKWs weg, ey Bestärkung landet So Ähm Wir haben mehr Heiler Ja, danke für nix Zack Der Turm ist weg So Und schicken Mann Das gibt's ja nicht, ey Das gibt's ja nicht Die Scavenger nerven aber auch mit ihrem Mist da, ey So Ach, jetzt geh ich doch weg Du Blödes Etwas von Turm So Blödes Etwas von Turm da vorne Mann So Ja Vor allem, es sind Anti-Panzer-Raketen Und was macht ihr? Ey Ich hab doch gesagt Team 1 So, die beiden LKWs Ach Schrecklich So Mann, oh Mann, oh Mann Was man hier für'n Stress hat So, was ist das da vor Ort? Ein Bunker, ja So, ganz toll Ein Bunker Wir haben wieder Verstärkung zur Verfügung Na toll Es werden keine Eier mehr produziert da Ja, aber wir müssen ja auch erstmal hier Erstmal hier Könnt ihr mich mal Wenn ihr mich mal in Ruhe lassen würden hier Dann, äh Und vor allem Vor allem auch die LKWs Dann wäre das schon ein ganz anderes Thema Oh Ein Bunkerbuster hier, ey Das da vorne geht mir auch auf den Piss Was ist denn das da? Oh, ganz schön anstrengend Ganz schön anstrengend der Mist, ja Ja, denn der LKW, der kann es vergessen. So, okay, das heißt, wir können da aber auch... Wir brauchen einen LKW. So, wir machen hier... So. Oh, sorry. Ach so, ja, okay. Das hier ist alles Gruppe 1, das hier ist Gruppe 2. Und wir brauchen eigentlich noch LKWs. Na, wartet mal. So. Yo, okay. Wo ist Team 2? Statt, dass sie die Leute heilen, die... Wartet mal. Er ist doch bewachen. Da ist also noch eine Basis. Alles klar. Scheiß Mini-Raketen. Die hätte ich jetzt auch gerne, echt. Ohne Witz. So, aber das sieht gut aus. Okay, das heißt, wir können hier... Drei LKWs. Und der Rest sind wieder... Arketenpanzer. So. Okay, und schicken. Okay, wir brauchen da nämlich noch ein paar Heiler. Gut. Ja, wir brauchen eigentlich alles, ne? Und ich würde ganz gerne hier... So, was damit schon wagen? Ich würde mal sagen, ja. Ähm... Guck mal, wir wagen es damit schon. Eine von drei Basen zerspürt. Ja, okay. Das ist ja dann schon mal... Schon mal viel wert. Ähm... Da ist nämlich die blöde Scavenger-Basis, die uns hier ständig diese Mini-Raketenteile aufhetzt. Aufhetzt. So. Ähm... Ah, die machen ja nicht so viel Schaden. Na. Ähm... Wisst ihr was? Dann haben wir jetzt nämlich gleich erstmal schön die Scavenger weg. Das ist auch dann okay, wenn wir eine Einheit verlieren. Weil, ähm... Da sind unsere Verstärkungen. Das ist gut. Äh... Was versuchst du da? Kollege? Was versuchst du da? Ja, die Scavenger-Basis scheint weg zu sein. Passt, ja. Die Heiler wieder ganz vorne. Natürlich, so wie es sich gehört, ne. Tö. Ähm... Okay. Das heißt dann... LKBs können hier eigentlich mal ein paar... Da. Mörsergruben hinbauen. So. Zwölf Stück am besten. LKBs können hier nicht wegwerfen. LKBs können hier nicht wegwerfen. LKBs können hier nicht wegwerfen. Puh. Okay, das macht schon ganz schön Spaß, muss ich sagen. Ähm... 13 Minuten hier haben wir noch. Wir machen die Scavenger platt. So, aber nicht mit dem ganzen Team eins, sondern nur mit einem Teil. Weil der hat, ja... Die andere Hälfte muss hier beschützen. So, und die sind nämlich noch nicht kaputt hier. Die sind nämlich noch nicht kaputt hier. Das ist die Waffenfabrik von denen. Weg damit. Der ist auf die Türme. Und hier, weg damit. Bäh. So. Null von vier Artefakten. Okay, aber das ist schon mal ganz gut. Weil, ähm... Dann haben wir jetzt die Scavenger nämlich weg. So, sehr gut. Währenddessen bauen die sich hier auf. Das ist gut. Okay, und währenddessen können wir uns hier auch weitere... ...Bestärkungen dazu holen. So, und schicken. Hallo, du sollst schicken. Ah, ich schon... Ich bin schon unterwegs. Okay. Alles klar. Na, dann geht mal raus. Da. So, aber wir haben jetzt schon eine ganz... ...ganz schön schlagkräftige Armee hier. So. Team 2 kann eigentlich mal nach vorne. Oder was? Team 2 müsste eigentlich mal ein bisschen heilen, ja? So. Okay. Aber wir haben... Wir haben uns jetzt hier stabilisiert. Das ist ganz gut. Ähm... Ja, ist halt... Ah, kommen unsere nächsten Einheiten. Sehr gut. Okay. Das ist das neue Team 2. Und das ist das neue Team 1. So, Gruppe 2 kann bitte mal nach vorne gehen und heilen. Mensch, KI. Die KI in diesem Spiel ist unglaublich. So. Aber ey. Wir haben es doch schon ganz gut hingekriegt. So. 46 Einheiten Gruppe 1. Die KI in diesem Spiel ist unglaublich. So. Ähm. Dann brechen wir mal die Produktion in der Heimatbasis ab. Können uns sogar noch ein paar Einheiten holen. Aber es könnte sein, dass das schon ausreicht jetzt. So, Gruppe 2 kann bitte den hier hochheilen. So. Und los geht's. Kommt. Dann greifen wir jetzt mal an hier. So. Einfach dran vorbeifahren. Einfach eben vorbeifahren. Kaputt machen die Sachen. Ja. Ähm. Holy Shit. Die haben aber ganz schön viel, du. Muss man ja sagen. Also die haben ganz schön viel Zeug. So. Aber ey. Ist schon okay so, oder? Oh Gott. Äh. Team 2 bitte. Ja. Gut. Die Heiler sollten am besten mal hier hin. So. Okay. Ah. Das ist ja nicht mehr viel. 16 Einheiten. Wir haben mehr. Wir haben mehr. So. Ei, ei, ei. Davon sind auch noch ein paar LKWs dabei. Okay. Ah. Jetzt schießt nochmal da drauf. So. Ah. Hier haben wir doch schon Waffenfabriken. Okay. Das ist ja relativ, tatsächlich relativ wenig. Aber diese blöden Raketentürme. Hey. Fahrt doch da. Was macht ihr? Die könnt ihr ja wohl abschießen. Äh. Kommt mal lieber da raus. Das ist zu viel. Zu viel Raketenfeuer. So. Ei, 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 ei. Okay. Raus da. Kommt. Raus da einfach. Zu viel Raketenfeuer. Äh. Äh. Okay. Alles klar. Aber das war doch schon nicht schlecht. Wir holen uns mehr Verstärkung dazu. Einheit wird angegriffen. Ja. Das ist okay. Kommt. Dann schickt die 8 los. Heilt euch hoch. Ja. Ganz genau deswegen. Gebäude wird angegriffen. Jo. Ist klar. Gebäude wird angegriffen. Ich bin mir. Gebäude wird angegriffen. Äh. Reparier mal. Hallo. Reparieren. Zu spät. Ach. Ihr seid so Idioten. Einmal mit Profis arbeiten. Mensch. So. Ähm. Wir können die jetzt nehmen und nochmal rein. Oh. Wir haben Forschung. Mini-Raketenartillerie. Da sind sie doch. Und hier. Hochexplosive Mini-Raketen. Ja, nehme ich. Dankeschön. Endlich. Mini-Raketen. Ja. Ähm. Okay. Da sind unsere Verstärkungen. Neues Team 1. Neues Team 2. Okay. Das hier ist Team 3. Die können nämlich noch eine Mörsergrube hinbauen. und noch ein Türmchen da oben. Ein Sensorturm. So. Und den dann auch einbauern. Konstruktion abgeschlossen. So. Alles klar. Dann habe ich jetzt nämlich ein bisschen mehr Sicht. Konstruktion abgeschlossen. So. Okay. Dann heißt. Ach Quatsch. Wir bauen einfach weiter Lancer. So. Na, heile haben wir jetzt eigentlich auch genug. Das heißt, man kann eigentlich mit allen losgehen. Außer mit den LKWs natürlich. Lass mal gucken, dass wir jetzt endlich diese Bunker wegkriegen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Einheit wird angekriegt. So. Sechs Minütchen noch. Ja, passt. Ach, die halten auch so viel aus, die Teile, ne? Das geht doch mal kaputt. So. Hallo. Nicht da drauf, sondern hier oben. Hallo. Da oben. Verdammter. Was macht ihr? Ihr könnt doch von hier drauf schießen. So. Genau. Ah, Mann. So. So. Okay. Meine Güte. Da war es ja endlich. Und endlich machen die Heiler auch mal einen guten Job. Ja, das sieht gut aus. Okay. Ähm, zumindest für diese Basis. Ich weiß jetzt nenne ich. Was die jetzt hier noch alles haben, ne? Da ist noch ein Artefakt. Da ist noch ein Turm da oben. War ja klar. So. 454. Ach, das war es schon, oder was? Ja, Rückkehr zur Landezone. Ja, Rückkehr zur Landezone. Das können wir gerne machen. Auch mit den LKWs. So, okay. Ja, nochmal Scavenger. Ist klar. Ich meine, wir haben uns ja hier eh verteidigt. Ach. Miniraketenbatterie. Ja, nice. Okay. Hochexplosive Anti-Panzer-Sprengstoff. Kopf. Machen wir hier abbrechen. So. Da müssen wir nämlich unbedingt weiter forschen. Mischlegierung für Fahrzeuge. Hochexplosive Anti-Panzer-Geschosse. Und hier. Panzerbrechende Treibspiegel-Projektive. Okay, das haben wir. Ähm, alles klar. Einmal Speicher nicht vergessen. Ja, dann läuft die Forschung an. Und, äh, ja. Mit allen Einheiten zurück in die Landezone. Ah, perfekt. Perfekt, okay. Ähm, die nächste Mission ist schon erfolgreich. Dann müssen wir noch vier Minütchen. Ähm, wir können mal in die nächste Mission reinschauen. Ja, das hat doch endlich mal gut geklackt hier. So. In der letzten feindlichen Basis entdeckte Informationen haben ergeben, dass das New Paradigm zwei Artefakte der synaptischen Verbindung geborgen hat. Eines davon wurde an eine Streitmacht namens Nexus ausgeliefert. Das andere wird in dieser Forschungseinrichtung analysiert. Stellen Sie einen Angriffstrupp zusammen und bergen Sie die Technologie der synaptischen Verbindung. Dieses Artefakt muss unter allen Umständen geborgen werden. Missionstimer aktivieren. Okay, also nochmal eine Transporter-Vision. Alles klar. Ähm, ja, machen wir doch gerne. Grundlagenforschung abgeschlossen. So. Ah, das sind doch unsere alten Teams. Ja, die können doch direkt hier mit rein. Ja. So. Ach, ist schon voll. Was haben wir? LKWs können raus eigentlich. Brauchen wir erstmal nicht. So viele Heile brauchen wir auch nicht. Grundlagenforschung abgeschlossen. Wir brauchen mehr Angriffseinheiten da. So. Und dann da alle hier rein. So. Alle hier rein da. So. Okay. Ähm. Wir können los. Feindliche Basis entdecken. Boah, es ist jetzt. Ja. Okay. Sehr stylisch. Ähm. Ach so. Das war so eine schöne Kamerafahrt hier, ne. Aber okay. Ähm. Das wird wieder hart. Kann ich euch ja schon sagen. Ach, schaut mal. Schwerer Mörserbombard. Und hier. Mischligierung für Fahrzeuge. Wir können mehr erforschen. Okay. Haben schön viel Geld zur Auswahl. Und nehmen nochmal zwei LKWs mit hier. So. Einmal schicken. Das ist Team 1. Das hier ist wieder Team 2. Und dann machen wir erstmal die Scavenger hier unten platt. Das macht mich ein bisschen nervös, dass wir so viel Geld hier haben. Ganz ehrlich. So. Machen wir erstmal die Scavenger aus dem Weg. So. Und weg damit. Sehr gut. Und hier. Gruppe 2 bitte heilen. Alles klar. Und wir können weiter erforschen. Mittlerer Raufskorpion. Ja. Ja, Freunde. Wir haben mehrere Rümpfe jetzt zur Auswahl. Und ich würde mal... Ach du Kacke. Wie da brauchen denn die Verstärkung bis hier hin? Oh mein Gott. Okay. Wir speichern das Ganze lieber doch mal. So. Bevor wir uns jetzt hier mal ein bisschen mehr Kunden fahren. Was haben wir denn hier noch? Auf jeden Fall eine riesen gegnerische Basis, wie es aussieht. Okay. Mini-Rak... Stimmt. Wir haben doch die Mini-Raketen. Ha. Wartet mal. Wir haben doch... Ha 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 ha. Mini-Raketen. Artillerie. Ja, sehr gut. Ähm. Das heißt... Wir bauen die auch. Da. Neunmal. Und hier neun Stück. Und... Sollen wir noch ein Wasser mitnehmen? Weil ihr seht, die nerven richtig. Die nerven richtig. Aber ist okay. Die kriegen wir ja kaputt noch. So. Okay. Ja. Und wir bauen definitiv die Mini-Raketen. Weil die nerven extrem. Verstärkungen sind eingetragen. Da sind unsere nächsten Truppen. Gruppe 1. Die LKWs sind Gruppe 3 und bauen hier mal bitte. Upsi. Da ist meine Uhr. Okay. Ähm. Meine Verteidigungsanlagen werde ich hier mal schon noch bauen. Am besten nicht hinter nem Felsen. Ähm. So. Dann machen wir hier einfach mal. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. So. Okay. Gut, Freunde. Ähm. Dann ist das ein Auftrag gegeben. Dann würde ich mal sagen. Jo. Wenn euch diese Folge gefallen hat. Dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und da lasst die Glocke läuten. Äh. Würde ich mich sehr freuen. Dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und, ähm. Ja. Wie es hier weiter geht. Seht wir doch ab nächstem Mal. Und ja. Dann würde ich sagen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Oder schönen... Zach. Ne? Tschüss. Ich weiß noch mal. Tschüss.